Freunde, willkommen bei Team Kong. Wir zeigen euch in dieser Reihe die einzelnen Level von Super Mario Brothers Wonder, einschließlich aller Wonder-Effekte, geheimen Ausgänge und versteckten Bereiche. Heute haben wir für euch das siebte Level der ersten Welt Röhrendickicht im Sumpf und zusätzlich noch zwei kleinere Level, eine Verschnaufpause, die ihr bereits hier im Hintergrund seht und den Abzeichentest für die Fallschirmmütze. Schaut euch das Video in Ruhe an, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß und Erfolg. Schaut euch das Video in Ruhe an, wenn ihr das Video in Ruhe macht, schreibt gerne in die Kommentare. Weiter so! Hey, hier entlang! Der letzte Sprung! Me! Chillig! Ja-hoo! Waihai! Ja-ha! Das war's für heute. Wow, it's Zoe! Oh, it's Zoe! Ich finde die Dinger ja eklig. Ich finde die Dinger und die Dinger sind sehr gut. Ich finde die Dinger und die Dinger sind sehr gut. Das war's für heute. Wie kann das denn sein? Alles in Ordnung, mir geht's gut. Alles in Ordnung, mir geht's gut. Die Worte in Ordnung, mir geht's gut. Ich werde das Worte für den Stehen einschätzen. D Messiah, ich werde das Worte für den Stehen einschätzen. Mascha, es bin die Gewalt. War das alles ein Traum? War das alles ein Traum? Ja, hooo! Bye-bye!